Hey Fett Yo Max Na was geht's ab aufm Dorf? Naja dies und das Klingt ja nicht so spannend, erzähl mal Habert ja die Leute, na habt ihr mich erkannt? Ich bin der Max Und bin überall im Dorf bekannt Hört mir jetzt mal zu Bei meinem Tagesplan Wie jeder von euch weiß, fängt ihr erstmal mit dem Aufstehen an Aufstehen, Kaffee machen, rausgehen, Küsschen Reingehen, anziehen, rausgehen, Rasen Drittelholen, Roller, Schnappen, Rektor, Bistet Ja, setze, Wische, Sammeln und ein Stück von diesem Tuten Der gleichen Tagestart langsam, wär tiverst es nicht Doch ich will da ja nie wohnen, denn ein Dorf Mentor nicht Max, 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 Max Ich bin vom Lande und immer geschützt von meiner Roller-Banne. Im Zeno ist im Job, einfach nichts mehr los. Ich lege mich ins Feld und frag, was ist nur los? Wahrscheinlich das gleiche wie jeden anderen Tag. Und das ist auch der Grund, warum ich in die Hochschule mag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017